Das ist Alexander. Alexander ist ein Student an der HSG. Heute ist ein schöner Tag und Alexander hat viele tolle Pläne, wie er diesen Tag verbringen könnte. Doch da fällt ihm ein, nächste Woche sind Prüfungen und er hat doch so viel zu lernen. Er sollte heute besser lernen. Da kommt Alexanders Kollegin Selvi. Sie schlägt vor, den sonnigen Tag gemeinsam zu verbringen. Alexander gefällt diese Idee zunächst, doch dann fallen ihm seine Prüfungen wieder ein. Selvi sieht Alexander an, dass etwas nicht stimmt. Sie fragt nach. Alexander berichtet ihr von seinen Lernproblemen. Er werde von vielen anderen Dingen abgelenkt und habe Probleme mit der Zeitplanung. Außerdem hat er immer noch keine geeignete Lernmethodik entwickelt und lernt deshalb ineffizient. Diese Probleme schlagen ihm immer mehr auf die Motivation, was in einem Teufelskreis endet. Selvi hat eine Lösung parat. Sie hat an der Uni gelernt, Peer-Coaching-Gespräche zu führen und bietet Alexander ihre Unterstützung an. Alexander denkt kurz darüber nach und sagt zu. Schaden könne es ihr nicht. Created using Paltoon »Pros prayer« »Pros prayer« »Pros prayer« » Team « «Pros choir« » » » » Vielen Dank.